Etwas mehr Östrogen könnt ihr dir nicht schaden. Du siehst ein bisschen runzlig aus. Probier mal. Das bringt deinen Tag heute Abend garantiert zum Strahlen. Aha. Und was ist das für eine runde Kosmetik? Vaginalkreme. Christiane! Oh, war schön, dich zu sehen. Ausgerechnet Jenny. Wie alt ist sie? 27? 26. Christoph Christiane. Ah, freut mich. Wie alt ist er? Wo zum Teufel sind wir hier? Spinnen Sie! Was finden ältere Männer eigentlich an deutlichen Ohrenfrauen? Zu mir oder zu dir. Heute, 20.15 Uhr auf S1.